Das hier vorne, das ist eine Mathebox. Ich sage persönlich immer Mathebox, weil ich irgendwie Mathe als Wort ganz cool finde, aber eigentlich mit H und nicht so wie dies hier schreiben, nämlich M-A-T-T-E. Im Deutschen richtig geschrieben und gesprochen wäre es ein Kompendium. Und das hat nichts mit dem Buch zu tun, sondern das ist dieses Ding, was hier vorne an der Kamera sich befindet und was verschiedene Aufgaben hat. Das ist ein Hardcore-Filmelement, was man wirklich auch nur bei Videoproduktionen eigentlich sieht und kennt, aber was in den letzten Jahren relativ interessant, nutzbar, cool und vor allem auch preiswert geworden ist. Das hier, was wir im Einsatz haben, ist von Smallbrick, ist auch relativ neu, ist eigentlich von der Preis, Leistung, Qualität und von den ganzen Gegebenheiten wirklich was super, super Tolles. Also, man sieht hier, es ist eine große Abschirmung nach oben, wobei dieses Ding eben auch teilweise streutig von unten abschirmen kann oder Reflektionen, die sonst wo eintreffen. Aber man kann es auch komplett wegmachen. Wie soll man das am besten erklären? Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Hauptgrund an, warum man so ein Ding eigentlich braucht, wenn man als Videograf arbeitet oder wenn man Video produziert. Und es ist jetzt vielleicht nicht das, was der ein oder andere hören möchte. Ich bin da auch jetzt mal knallhart ehrlich. Diese Kamera sieht einfach so viel cooler aus mit diesem Ding. Und gerade wenn man für Geld arbeitet und nicht einfach nur zum Spaß Videos macht, ist natürlich auch eine Wirkung, die man auf den Kunden hat, nicht zu unterschätzen. Ansonsten, wenn wir jetzt mal weggehen von diesem sehr leeren Argument, warum man so eine Madbox braucht, ist es natürlich so, dass man zum Beispiel Filter in der Videografie extrem stark braucht. Man kann damit Looks erzeugen, gerade variable ND-Filter oder Verlaufsfilter sind unfassbar wichtig, weil man einfach noch viel mehr auf die Dynamik achtet heutzutage, als es zum Beispiel noch im Fotobereich der Fall ist. Ich weiß, das wollen die Fotografen nicht hören, aber Video muss man doch ein bisschen genauer und perfekter belichten, als manches Foto heute belichtet wird. Zudem ist es so, dass natürlich dieses Compendium auch die Möglichkeit hat, gerade was Filter mit Streulich betrifft, gut zu agieren. Also wenn man Filter vorweg setzt und oftmals sind es ja sehr plane Gläser, es gibt ja auch Effektfilter, wir nutzen sehr viele Prism-Lens-Filter, die gewisse Effekte irgendwie ins Bild zaubern. Dann will man nicht zwangsweise so ein schräg einfallendes Licht auf das Objektiv haben. Das ist ganz wichtiges Element, dass man einfach sagt, dass dieses Compendium oben schon auch zum Streulicht töten funktioniert. Wie gesagt, es gibt zum Beispiel diese einschiebbaren Filter für Filtereffekte oder man hat nochmal einen ND-Filter, einen variablen ND-Filter, um die entsprechende Helligkeit steuern zu können. Was dieses System jetzt von SmallRig so besonders macht, ist zum einen die Qualität, die Verarbeitungsqualität. Das sind wir einfach bei SmallRig ehrlich gewohnt. Das ist ein richtig, richtig hohes Niveau. Dann ist es das Gewicht und ich kann zum Beispiel hier auch wunderbar das Ganze als modulares System entfernen. Ich habe jetzt hier verschiedene Module. Das ist oben erstmal diese Blende, dann ist es diese Hauptblende, dann ist es der Kernrahmen für den Einschubfilter und dann ist es eben noch die große Steckvorrichtung für den Filter selbst. Da kann man noch mehrere Elemente reinsetzen, zum Beispiel wenn man mit zwei Filtern arbeiten möchte. Da kann man einfach upgraden. Und jetzt kommt ein richtig interessanter Punkt. Das hier ist ein System, was direkt am Objektiv befestigt wird. Man hat also einen Adapter, um das Filtergewinde des Objektives auf diese 95 Millimeter des Halters zu bringen. Da hat man übrigens im Lieferungfang vier Stück mit dabei. Und dann steckt man den Filterhalter auf diesen Step-Up Ring, so könnte man es sagen, auf. Man hat also nicht mehr den Bedarf, dass man die Mudbox hier an die Rails befestigt, was verschiedene Vorzüge hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehe und ich habe ein Objektiv, was ausfährt beim Zoomen, wie zum Beispiel das hier, dann fährt natürlich auch die Mudbox weiter mit aus. Ein großes Problem hat man mit diesen super günstigen Mudboxen, die an die Wurzel unten rankommen. Wenn man dann ein Objektiv hat, was ausfährt und die Mudbox fährt nicht mit aus. Das ist richtig, richtig blöde. Oder aber auch, man möchte hier beim Follow-Focus-System was ändern. Dann muss man erstmal die Mudbox komplett absetzen, um dann an das Gerät zu kommen. Ist auch super nervig. Das heißt also, dieses Gerät ist so gebaut und auch vom Gewicht her so reduziert, dass man es sogar an einen Gimbal setzen kann. Und es macht wirklich nichts Großartiges aus, wenn da vorne noch diese Mudbox dran hängt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Glasfilter, den man hier vorne einschiebt, wahrscheinlich genauso viel wiegt wie die ganze Mudbox selbst. Ja, was kann man eigentlich noch sagen? Sehr schön, auch hier innen drin mit Fleece. Es ist diese gewohnte oder gewohnte Qualität von Small Rig. Auch hier die Halterungen, um das Ganze zu befestigen. Dieses modulare System, um das zu erweitern. Das ist alles sehr wertig gebaut. Und trotzdem hat man hier eben noch eine gewisse Leichtigkeit. Also die Kombination aus Festigkeit und Leichtigkeit ist hier bei der Mudbox einfach sehr schön gegeben. Und wie gesagt, das sind so die Kleinigkeiten. Man merkt das schon am Einrasten. Das ist satt, es ist saftig. Und was mir besonders auch vor allem sehr viel gefallen hat oder sehr gefallen hat, ist, wir nutzen oftmals diese Gewinde, übrigens die ganz normalen Fotogewinde, die sich hier an drei Stellen befinden. Also oben an der Seite, um zum Beispiel mit irgendwelchen Armen noch weitere Dinge zu integrieren. Also wir nennen das die Bokinator. Das heißt also, es kommen dann irgendwelche Sachen reingehalten. Es werden dann kleine Greifarme herangemacht mit kleinen Kugelrahmen. Und dann kann man Dinge im Vordergrund reinhalten. Sei es mal ein Blatt oder sei es eben, wie gesagt, irgendwelche Kristalle. Irgendwas, um nochmal so eine neue Ebene in der Tiefe zu erzeugen. Ein sehr schönes System. Ich finde es wirklich, wirklich toll geworden. Es fasst sich toll an. Es arbeitet sich toll mit. Und wie gesagt, der Eindruck, den dieses System natürlich dann macht, ist vorzüglich. Übrigens, wer jetzt sagt, irgendwie Filter braucht man nicht. Filter, das ist doch alles Blödsinn. Jetzt zum Beispiel nutzen wir gerade auf unserer Videokamera einen Mistfilter. Und dieser Mistfilter, der macht diesen wunderbar sanften Look. Wir können ihn ja vielleicht mal abnehmen. Vielleicht wackelt die Kamera ein Stückchen, aber das ist okay. Das wäre hier ohne Mistfilter. Und ich finde, das ist ein krasser Unterschied. Das ist ein richtig krasser Unterschied, wie viel schöner und ästhetischer das Bild wirkt. Und das ist natürlich nur einer von verschiedenen Filtern, die man da aufsetzen kann. Da gibt es noch ganz, ganz, ganz andere Kaliber. So, ich setze es kurz auf. Fertig. Und ich muss sagen, das ist doch mal so. So will man doch einen Videografen buchen. Fehlen jetzt vielleicht ein paar Kabel, um das Ganze auch zu benutzen. Aber nichtsdestotrotz, das ist doch mal eine Kamera, oder? Ach, und übrigens auch ein sehr schöner Effekt. Auch wieder so indirekt gedacht, so. Wir filmen ja auch oft in die Sonne und machen mit Flares und Gegenlicht. Aber wenn man gerade unterwegs ist und man haut das hier runter, dann ist halt einfach, das ist ein richtig geiler Schutz. Also das ist auch nochmal so eine Sache, ist komisch. So diese Madbox, also dieses Compendium, hat ganz komische Gründe, warum man sie braucht. Und sie haben nicht zwangsweise damit zu tun, warum man sie wirklich braucht. Also für mich ist ein Schutz, klar, ich habe die Rechnung natürlich auch zu zahlen, wenn sowas kaputt geht, ein Schutz ganz wichtig und vor allem auch der Eindruck. Und dann in zweiter, dritter, vierter Instanz kommen die ganzen Sachen, die man hier reinschrauben kann. So, jetzt aber gut. Bis zum nächsten Mal.